Willkommen zum Marktausblick für diese Woche. Was gibt es für Börsenschancen zusammen mit WR Self-Invest und Fit4Finanz? Mein Name ist Andreas Bernstein. Der Roland Jägen wird auch gleich hinzukommen. Nach dem Intro geht's los. Guten Morgen, Roland. Hallo Andreas, schönen guten Morgen zusammen. Ja, wir haben eine relativ kurze Handelswoche vor uns. Also heißt nicht, dass wir Urlaub schieben, sondern tatsächlich ist Thanksgiving am Donnerstag und der Freitag, da gilt es so ein bisschen als ein Brückentag an der Wall Street. Ja, das auf jeden Fall. Da geht es ja dann auch los in den USA mit dem Black Friday, dann mit dem Weihnachtsgeschäft letztendlich, wo große Einkäufe getätigt werden und darauf fokussiert sich dann vieles. Von daher wird es voraussichtlich am Donnerstag und am Freitag einen etwas ruhigeren Handel an der Wall Street geben, weil einfach viele dann den Brückentag nutzen und ein verlängertes Wochenende vollziehen. Da ist auch verkürzter Handel am Freitag übrigens und traditionell kommen ja dann die Familien zusammen. Ich finde das eigentlich sehr charmant, also so ein vorgezogenes Weihnachtsfest. Alle treffen sich und man kann auch äußern, was wünsche ich mir und dann hat man nicht das Thema mit dem Umtausch nach dem Fest, weil die Geschenke irgendwie nicht gefallen. Das auf jeden Fall. Das hat einiges. Von daher schwappt ja auch immer weiter rüber hier nach Deutschland, insbesondere die Black Friday Woche. Da bekommt man ja schon seit Tagen jeden Tag die E-Mails mit den neuesten Angeboten. Second's Giving an sich ist nicht so populär in Deutschland, aber wer weiß, vielleicht wird irgendwann das auch von den Deutschen kopiert. Ja, wir nehmen ja viele Sachen an, auch Halloween und so weiter. Aber wir wollen heute nicht über die Feste reden, sondern über die Akte, die Feste gefeiert haben. Da gab es ja einige in der letzten Woche und natürlich auch ein paar Knaller, die noch vor uns liegen, denn die Quartalsaison ist noch lange nicht beendet. Die ist noch lange nicht beendet, von daher sprechen wir sicherlich auf das Highlight der letzten Woche. Nvidia als wertvollstes Unternehmen mittlerweile. Die Quartalszahlen vermeldet, da schauen wir später dann im zweiten Teil drauf, wenn wir auf die Einzelaktien schauen. Ansonsten auch in dieser Woche gibt es noch einige Highlights. Wir haben zum Beispiel eine Crowdstrike oder eine Dell aus dem Technologiebereich, die dann morgen Quartalszahlen vermelden. Von daher, es wird etwas weniger, aber nichtdestotrotz liegen noch die ein oder anderen Hochkaräter vor uns. Ja, die werden wir uns anschauen, aber zuvor natürlich auf die Märkte, auf den DAX-Markt, denn der ist schon sehr, sehr stark in die Woche gestartet und hat das am Freitag ein bisschen angedeutet, denn am Freitag wurde die 19.300 überschritten und das ist seit dem 12. November nicht mehr gelungen. Ja, in der Tat ein sehr, sehr starker Wochenabschluss, könnte man sagen, nachdem in der Woche doch der Markt zunächst Schwäche gezeigt hatte. Intraday immer wieder unter die 19.000 zurückgefallen war, aber diese letztendlich auf Tagesschlusskursbasis immer halten konnte und das war sehr, sehr positiv und dann gab es am Freitag einen sehr, sehr starken Impuls. Von daher, im großen Bild ist der Aufwärtstrend weiterhin voll intakt, muss man sagen. Auch der 50-Tage-Durchschnitt wurde damit zurückerobert am Freitag. Von daher ist der Weg fast frei zu den Allzeithochs, könnte man sagen, im großen Bild und dann perspektivisch sicherlich auch zur runden Marke von 20.000, was sicherlich auch eine gewisse Anziehungskraft entfalten könnte, sobald man sich dieser runden Marke noch etwas mehr nähert. Wenn man auf den Futures schaut, sieht man natürlich ein ähnliches Bild. Auch hier ist der Aufwärtstrend voll intakt. Die 19.000 hier auch sehr, sehr relevant. Die alten Allzeithochs aus dem Frühjahr und dann auch aus dem Sommer, die letztendlich gehalten haben auf Tagesschlusskursbasis und dann gab es den Impuls. Wenn man dann in die kleineren Zeiteinheiten reinschaut, dann sieht man, es war durchaus eine volatile Handelswoche mit der Schwäche zum Wochenbeginn. Dann hat sich der Markt zur Wochenmitte stabilisiert und dann letztendlich die Stärke vor dem Wochenende, dann auch mit den Wochenhochs kurz vor Wochen Schluss. Jetzt sehen wir das Aufwärtsgap, womit man direkt über die Vorwochenhochs hinausgegappt ist, kommt leicht zurück. Von daher ist sicherlich die erste kleine Unterstützung, die man hier nennen kann, die Vorwochenhochs bei ca. 19.420. Da mit dieser Hürde kämpften wir in den letzten Minuten. Darunter sicherlich eine sehr, sehr wichtige Marke bei ca. 19.275 im Future. Doch liegt das Value Area hoch der letzten Woche und das gilt es sicherlich zu halten, sollte sich diese Stärke hier weiter fortsetzen. Damit hat sich natürlich auch hier von Freitag auf Montag ein relativ großes Gap ergeben, dass wir jetzt ein Stück weit geschlossen haben, aber letztendlich konnten wir hier auch die Kassahochs vom Freitag bisher halten und das sicherlich auch eine Marke, die es zu beachten gilt, bevor dann natürlich am Freitagabend dann noch höhere Kurse ausgebildet haben. Aber hier die Kassakurse, die um, ja, gegen 16 Uhr am Freitag ausgebildet werden und sind die halten bisher und, ja, von daher kann man durchaus von Stärke zum Wochenbeginn hier sprechen. Ja, oder auch vom Ignorieren der Schwächer, denn es gab ja auch ein paar politische Risiken der letzte Woche, in der letzten Woche, die teilweise für schnelle Kursbewegungen nach unten gesorgt haben, wie zum Beispiel die neuartig eingesetzte Rakete aus Russland, die auch jetzt als eventuellen Kriegsteilnehmer Großbritannien auf den Plan rief. Ja, da muss man natürlich sehr genau schauen, wie sich das fortsetzt. Wladimir Putin scheint hier weiter die Aggressionen zu schüren und insbesondere mit dieser Rakete, die er da, dieser Mittelstreckenrakete, die natürlich theoretisch auch jeden Zielpunkt hier Europa, sei es Großbritannien, Deutschland oder auch Frankreich innerhalb von wenigen Minuten erreichen könnte und im aller, allerschlimmsten Fall sogar nuklear bestückt sein könnte. Von daher ist das ein sehr, sehr ernstes Thema, das natürlich auch die Märkte dann bewegt und da hofft man natürlich nicht, dass die NATO in irgendeiner Form dann tatsächlicher Kriegsteilnehmer hier werden könnte. Aber insbesondere in Großbritannien warnt man auch schon die Bevölkerung davor. In Deutschland hält man sich weiterhin bedeckt, möchte natürlich auch nicht unbedingt hier die Angst schüren. Aber es ist durchaus ein sehr ernstes Thema, dass er sich aktuell in die falsche Richtung entwickelt. Es geht ja auch das Thema Bunker mittlerweile schon durch die Medien, dass da viel zu wenig in Deutschland vorhanden sind, dass man darüber nachdenkt, die Kapazitäten zu erweitern. Aber insgesamt macht der DAX nicht den Eindruck, dass er in Panik verfällt. Ganz im Gegenteil, seit dem Corona-Crash übrigens im Jahr 2000 hat er über 11.000 Punkte zugelegt, 130 Prozent, letztes Jahr ja über 20 Prozent zugelegt. Also er steht trotz auch Autokrise und anderen Themen sehr, sehr fest da. Ja, das muss man sagen. Jede Krise konnte den DAX jetzt nicht hier in ernsthafter Form in Bedrängnis bringen. Also man hat ja auch im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr immer wieder Rücksetzer gesehen. Aber dann letztendlich war das Kaufinteresse immer deutlich stärker als die Rücksetzer. Und das zeigt sich auch in diesem Jahr. Von daher, wir sind nur sehr, sehr knapp unter den Allzeithochs. Und obwohl die Stimmung insgesamt eher negativ ist und auch nach dem Ampelhaus haben wir nur eine kurzfristige Schwäche gesehen. Aber insbesondere insgesamt ist die Hoffnung eigentlich größer, dass es ja schlimmer gar nicht kommen kann. Und die nächste Regierung, die dann im Februar gewählt wird, kann es eigentlich nicht schlechter machen als die aktuelle. Ja, und IFO-Präsident Fürst sagt ja auch dazu, dass es schlecht steht um die deutsche Wirtschaft. Der IFO-Index, der wurde übrigens um 10 Uhr hier vermeldet, hat dem DAX aber eher den Impuls nach oben geliefert im Sinne von, es kann nur besser werden. Er ist um 0,8 Punkte auf 85,7 gefallen. Das heißt, die Stimmung vor allem im Dienstleistungssektor, die hat sich da noch einmal verschlechtert. Sieht es denn in Europa besser aus? Den Eurostox haben wir uns die letzten Wochen gar nicht angeschaut. Können wir gerne mal einmal drauf schauen auf den Eurostox. Insgesamt muss man sagen, dass der eher ein Stück schwächer tendiert als der DAX. Er konnte hier wichtige Marken nicht halten, insbesondere die 5000-Punkte-Marke, mit der er ja einige Wochen dann auch gekämpft hatte. Letztendlich ist er darunter zurückgefallen. Also hier sieht man, er hat schon die komplette Value-Area des aktuellen Jahres durchlaufen. Ist jetzt auch an einem Schlüsselniveau angekommen in der letzten Woche, also die 4720, 4725-Punkte-Marke. Die wurde das eine oder andere mal getestet, auch intraday, kurzfristig unterschritten, aber hat dann auch gehalten. Von daher sehen wir jetzt auch so eine kleine Reversion-to-the-Mean-Bewegung hier vielleicht zum V-Web des aktuellen Jahres. Aber insgesamt sieht man, wenn man den DAX dazu oder mal daneben stellen würde, dass der DAX doch hier relative Stärke aktuell zeigt im Vergleich zum Eurostoxx 50. Ja, und der DAX hat ja auch im Plus die Woche geschlossen, wenn auch nur hauchzart. Die Wallstreet war da viel, viel besser unterwegs. Die hat nämlich die aktuelle Konsolidierung vielleicht schon wieder beendet. Wenn wir uns den Nestec als erstes gern vornehmen, dann sieht man zu den Haupthandelszeiten ab dem Tief vom 5. August einen sehr, sehr stabilen Aufwärtstrend, der in der letzten Woche getestet wurde, aber der gehalten hat. Genau, und auch die 20.500-Punkte-Marke, das war ja auch ein Schlüsselniveau, wurde auch in der letzten Woche dann nochmals getestet. Intraday auch kurzfristig unterschritten, aber hat dann auch gehalten. Von daher sind wir auch über diesem Schlüsselniveau wieder nach oben gelaufen. Von daher fehlt hier vielleicht auch nicht mehr viel, nur ein, zwei starke Handelstage, um auch wieder Richtung Allzeithochs zu tendieren. Also der Aufwärtstrend ist ganz klar intakt, muss man sagen, auch im Nestec 100. Auch wenn er nicht ganz so stark war wie vielleicht der Dow Jones, auf den wir dann gleich noch zu sprechen konnten zuvor. Vielleicht noch ein kurzer Blick auf die kleineren Zeiteinheiten. Also die vorletzte Woche hat ja dann doch einen deutlichen Rücksetzer gezeigt und in der letzten Woche wurden zunächst die Tiefs der vorletzten Woche getestet, insbesondere am Dienstag dann kurzfristig unterschritten. Aber dann gab es hier Kauftendenzen sowohl am Dienstag, am Mittwoch und dann auch nochmal am Donnerstag im späten Handel. Also vorbörslich wurde der Markt eigentlich immer abverkauft und nach der Kasseröffnung kam er dann wieder zurück und hat dann auch die Woche letztendlich positiv beendet. Und genauso positiv geht es dann zu Beginn dieser Woche weiter. Wir sehen hier auch das Aufwärts-Gap über der 21.000 Punkte Marke oder knapp darunter tendieren wir aktuell. Aber das ist sicherlich die Marke, die es zurückzuerobern gilt, auch auf Tagesschlusskursbasis. Aktuell 20.957, also knapp darunter. Aber die Stärke ist hier auch im Nestec 100 auf jeden Fall zurück. Ja, das sieht es heute mal anders aus. Vorbörslich über 100 Punkte im Plus. Mal sehen, ob das gehalten werden kann. Denn in so einer Black Week werden ja vielleicht nicht nur Waren gekauft, sondern auch Aktien. Das auf jeden Fall. Ja, du hast schon erwähnt, der Dow Jones war stärker. Nicht auf Wochensicht, da war er leicht hinter dem Nestec. Aber er hat nicht zu so starken Rücksetzern geführt. Vielleicht war das stabilisierende Element auch die Nvidia. Die schauen wir uns nachher an. Aber erst mal den Index an sich. Ja, und der ist jetzt vorbörslich in der Tat hier auf neuen Allzeithochs im Future. Also nach dem Rücksetzer der vorletzten Woche und zu Beginn der letzten Woche hat er doch wieder Kaufinteresse gefunden. Er war unter die alten Allzeithochs zurückgefallen, aber hat hier so eigentlich eine schöne Umkehrkerze dann auch ausgebildet am 19. November. Und dann gab es hier schon insbesondere am 20. und am 21. Kaufinteresse. Und der Freitag hat dann auch die positive Woche abgeschlossen. Und das setzt sich zu Beginn dieser Woche fort. Also hier sieht man, der Aufwärtstrend ist deutlich stärker als im Nestec 100. Von daher hier vielleicht schon die 45.000 in Reichweite und könnte vielleicht auch kurzfristig hier erreicht werden. Ein nächster Meilenstein, eine weitere runde Marke. Von daher ein ganz klar positives Bild hier im Dow Jones. Natürlich beflügelt hier auch die Aufnahme von Nvidia in den Dow Jones. Die Märkte, jetzt kommen Nvidia vielleicht noch einer breiteren Masse dann zugute, die in den Dow Jones investiert haben, was sicherlich der Liebling von vielen Anlegern weiterhin ist. Und Nvidia hat ja die Intel ersetzt. Und ja, insbesondere am Donnerstag oder am Freitag der Dow Jones sehr, sehr stark jetzt auch mit dem Aufwärtsgap hier zum Wochenbeginn. Und weiterhin deutliches Kaufinteresse hier auch über 44.500 vorhanden. Dabei war es gar nicht am Ende die Nvidia, die den Dow so angetrieben hat, sondern Bankenwert. Auch eine Chevron war dabei. Aber das schauen wir uns nachher im Detail an. Zuvor noch den S&P 500 als breiten Marktindex. Da kämpft gerade die Indikation mit der runden 6.000er Marke. Ganz genau. Weiterhin ein Schlüsselniveau, die 6.000 Punkte Markte. Der Markt kam hier auch zurück. Ist auch unter die alten Allzeithochs zurückgefallen. Aber da gab es auch im Verlauf der letzten Woche Kaufinteresse unter der 5.900-Punkte-Marke. Und dann am Donnerstag und am Freitag auch deutliche Stärke zu erkennen. Jetzt sehen wir auch das Aufwärtsgap zum Wochenbeginn. Also hier fehlen auch nur rund 50 Punkte bis zu den Allzeithochs. Und das ist nicht viel. Wenn man sich die Ranges der letzten Wochen einmal anschaut, kann das auch innerhalb kürzester Zeit erreicht werden. Von daher auch ein sehr, sehr starker Aufwärtstrend. Und nach der Schwäche zum Wochenbeginn hier auch über den Wochenverlauf hinweg dann letztendlich eine sich positiv entwickelnde Bewegung auf der Oberseite. Und jetzt sehen wir hier auch zum Wochenbeginn, dass die 6.000-Punkte-Marke direkt übersprungen worden ist mit dem Gap. Von daher tatsächlich auch die erste wichtige Unterstützung auf der Unterseite. Solange sie 6.000-Punkte-Marke hält und dann auch das Value Area hoch der letzten Woche bei 5.967 circa, ist dieser Aufwärtstrend weiterhin deutlich intakt. Wer noch mehr Performance sucht und auch noch eine runde Marke, der ist richtig beim Bitcoin. Da habe ich am Wochenende tatsächlich ein bisschen mitgefiebert, ob wir die 100.000 erreichen, aber ist nicht geschehen. Es ist ja im Future schon am Freitag geschehen. Der tendiert, der grotiert ja etwas höher als der Kassamarkt. Von daher haben wir am Freitag schon das Hoch bei 100.145 gesehen im Future. Dann kam der Markt nochmal etwas zurück. Der Close lag dann knapp darunter, aber über das Wochenende hinweg haben wir auch die 100.000 dann gesehen in den Bitcoin-Kassamärkten letztendlich. Aktuell quotieren wir bei ca. 99.000 hier im Future. Also die runde Marke hat auf jeden Fall weiterhin die Anziehungskraft und die enorm starke Momentum-Bewegung, die wir hier gesehen haben seit den US-Wahlen hier Anfang November. Die hat sich weiter fortgesetzt und resultiert jetzt endlich hier mit den neuen Allzeithochs und dieser magischen runden Marke. Ja, also interessant, das auch anzuschauen. Wie auch immer, die Ölpreise, die sind auch ein bisschen jetzt angezogen zum Wochenstart. Es sind aber insgesamt, da möchte ich mal so von der Seite in deine Chart-Technik reinquatschen, eher seitwärts tendierend. Genau, insgesamt sind wir hier weiterhin innerhalb dieser Seitwärts-Range, die uns jetzt schon den einen oder anderen Monat beschäftigt. Wir laufen wieder in diesen Widerstandsbereich von ca. 72 Dollar hier rein, knapp unter der 72-Dollar-Marke jetzt nach dem Rollover hier auf den Januar-Kontrakt. Von daher, das ist die Marke, die es zu brechen gilt. Wir haben die jetzt mehrmals auch getestet von unten, sind immer wieder zurückgefallen, haben aber kein neues Jahrestief ausgebildet. Von daher, das vielleicht den positiven Punkt, den man hier anmerken kann. Also über 72 wäre der Weg frei, vielleicht ja auch eine schnelle Bewegung bis zur 75- oder sogar 76-Dollar-Marke zu vollziehen. Aber soweit ist es noch nicht. Von daher ist hier nicht unbedingt Eile geboten, sondern heute zu Beginn der Woche der Markt wieder eher schwach, zeigt hier im Vergleich zur letzten Woche eine kleine Gegenbewegung. Aber vielleicht ergibt sich ja im Wochenverlauf hier durchaus noch ein Ausbruchs-Szenario. Was heute positiv war, das Value Area hoch der Vorwoche hat bisher gehalten bei ca. 70,5. Also über 70,5. wäre ich weiterhin leicht positiv gestimmt. Und dann vielleicht, wer etwas abwartet, etwas konservativer angeht, wartet dann vielleicht, bis die 72-Dollar-Marke geknackt ist und versucht dann hier trendfolgend einzusteigen und darauf zu spekulieren, dass diese Marke dann auch nachhaltig überwunden wird. Ja, da wartet man auch bei Nvidia drauf, ob das Alza-Tor überwunden wird. Aber vielleicht sind die ja gar nicht bei den Tops und Flops in der Liste dabei. Du hast uns das mal aufbereitet. Wir sind hier in der Tat nicht vorne und auch nicht hinten mit dabei. Schauen wir zunächst auf den Dow Jones. Im Dow Jones, wie gesagt, eine positive Woche mit 25 Einzelwerten im Plus, nur 5 im Minus. Auf der Verliererseite hier zu nennen eine McDonalds, eine 3M und die Amazon als Verlierer der letzten Woche mit minus 2,7 Prozent. Auf der Gewinnerseite zu nennen die Boeing, die Walmart und die IBM hier mit plus 8,8 Prozent. Im Nasdaq hatten wir ja ca. 80 Einzelwerte im Plus, 20 im Minus. Auf der Verliererseite sehen wir hier eine Alphabet, eine Intuit und die P, die Holdings als Schlusslicht mit minus 12,2 Prozent. Auf der Gewinnerseite hier deutlich zweistellige Gewinne bei einer MongoDB, bei einer Datadoc und bei der sehr volatilen Aktie, über die wir in den letzten Wochen schon das eine oder andere Mal gesprochen haben. In den letzten Wochen eher immer hier als Verlierer zu sehen mit deutlich zweistelligen Abschlägen. Die letzte Woche als Gewinner mit plus 78,4 Prozent hier abgeschlossen. Im großen Bild im S&P 500 in der Heatmap sieht man hier mehrheitlich grün, aber doch mit dem ein oder anderen größeren Verlust. Da sind die genannten mit dabei, eine Amazon, eine Alphabet oder hier auch die Intuit. Ansonsten eher ein sehr positives Bild. Ja, trotzdem die Nvidia nicht dabei war. Jetzt haben wir sie schon zweimal erwähnt. Sie wird ja auch immer nachgefragt in der Community. Zu den Fragen kommen wir nach dem offiziellen Teil. Da dürfte sie auch dabei sein. Schauen wir uns gerne mal das Chartbild an. Von den sehr viel erwartet. Auch das erwartete übertroffen. Und das ist schon das 15. Mal von den letzten 20 Quartalszahlen, wo man die Erwartungen übertroffen hat. Der Umsatz wurde aber nicht mehr verdoppelt. Und in den letzten Quartalen war das eigentlich usos, dass man den Umsatz verdoppelt. Aber es geht natürlich nicht unendlich nach oben zu skalieren. Ganz genau. Von daher die Wachstumsraten etwas geringer als zuvor. Nichtsdestotrotz hat man dann auch am Donnerstag nach den Quartalszahlen am Mittwoch nochmal ein neues Allzeithoch gesehen in der Aktie. Man war zwischenzeitlich über der 150-Dollar-Marke im Hoch bei 152,89 Dollarn und kam dann aber Intraday am Donnerstag schon zurück. Und das hat sich am Freitag fortgesetzt. Von daher Allzeithochsjahr. Aber der Markt kommt da noch etwas zurück. Ja, die Wachstumsraten sind nicht mehr ganz so hoch wie erwartet. Und auch die Prognose nicht mehr ganz so ambitioniert, wie man das in der Vergangenheit schon bei Nvidia gesehen haben. Von daher ein kleiner Rücksetzer. Ich denke, ein Schlüsselniveau, was es zu halten gilt, liegt weiterhin hier im Bereich von circa 133, 134 Dollar. Dort liegt auch der 50-Tage-Durchschnitt. Von daher, ich könnte mir eine weitere Konsolidierung hier auf hohem Niveau vorstellen. Vielleicht auch eine, ja, etwaige Korrektur bis in diesen genannten Bereich. Aber insgesamt ist natürlich der sehr starke Aufwärtstrend hier weiterhin intakt in der Nvidia. Ja, und im nächsten Quartal soll das Wachstum nur noch, in Anführungsstrichen, um 70 Prozent betragen. Aber über 70 Prozent Marge, das muss man bei der Größe erstmal hinbekommen. Ja, das muss man schon sagen. Die Marge ist weiterhin exorbitant hoch und auf einem extremst hohen Niveau. Und ja, solange man in diesem Bereich liegt, denke ich, muss einem auch nicht bange werden um die Nvidia. Die Konkurrenz schläft natürlich auch nicht und wird nicht kleiner werden, auch in den nächsten Quartalen. Der eine oder andere versucht aufzuschließen, versucht auch hochperformante KI-Chips hier auf den Markt zu bringen. Aber Nvidia hat einfach so einen großen Vorsprung jetzt gehabt über die letzten anderthalb, zwei Jahre. Und davon profitiert man weiterhin enorm. Ja, und profitiert halt auch eine super Mikro. Also da muss man sich die Augen wischen bei dem Kursanstieg der letzten Tage. Aber die war auch extrem gebeutelt worden, weil es drohte ein D-Listing von der Nasdaq. Der Wirtschaftsprüfer hatte das Unternehmen verlassen und es gab Spekulationen, ob in der Bilanz deswegen alles in Ordnung ist. Und jetzt hat man einen neuen Wirtschaftsprüfer vorgestellt und einen Compliance-Plan. Der muss noch genehmigt werden von der Nasdaq, aber das D-Listing ist erstmal abgewendet. Ist erstmal abgewendet. Von daher sehen wir eine sehr, sehr starke Gegenbewegung in der letzten Woche. Wir sind natürlich hier weiterhin im Abwärtstrend, muss man ganz klar sagen. Aber man hat hier schon Schlüsselniveaus zurückerobert. Die 20-Dollar-Marke zunächst. Jetzt ist man schon wieder über die 30-Dollar-Marke ausgebrochen. So langsam nähert man sich vielleicht ernsthaften Widerstandsniveaus. Der 50-Tage-Durchschnitt wäre hier zu nennen bei circa 38 Dollar. Darüber ist dann auch noch dieses Gap-Offen hier von Ende Oktober und die alten Jahrestiefs. Von daher, das ist sicherlich ein signifikanter Bereich, der vielleicht nicht im ersten Zuge überwunden werden kann. Von daher, wer jetzt vielleicht eine kurzfristige Bewegung hier mitgenommen hat, ja, Stop immer nachziehen und die Teilgewinne mitnehmen. Von daher, das bleibt natürlich, wie schon häufig genannt, für mich eher ein spekulativer Wert. Vielleicht auch eher für den Intraday-Handel, weil man da häufig deutlich zweistellige Bewegungen auch im Intraday sieht. Und ja, die diese Gaps dann einfach nicht zu befürchten hat, die auch von dem einen auf den anderen Handelstag entstehen können. Gerade auch vor dem Hintergrund dieser News, die uns hier jeden Tag erwarten kann. Deal-Listing ja oder nein. Wie sieht es mit der Wirtschaftsprüfung aus? Wann erfolgt letztendlich auch der offizielle Quartalsbericht, der ja auch vorläufiger Natur präsentiert worden ist vor wenigen Wochen. Von daher, es bleibt sicherlich spannend um diese Aktie. Und ja, wer Volatilität mag als Trader und der kann die Aktie natürlich weiterhin nutzen, um vielleicht gerade kurzfristig spekulativ hier tätig zu werden. Ja, in dem kurzfristigen Segment ist jetzt auch wieder Alphabet, also der Google-Mutterkonzern angelangt in der letzten Woche minus 4,5 Prozent, weil die US-Regierung ein Gerichtsverfahren angestrebt hat. Und das Ergebnis soll wohl laut, denn laut dem Wunsch der aktuellen Regierung, dass der meistgenutzte Webbrowser Chrome vom Alphabet-Konzern abgetrennt wird, weil es eine marktbeherrschende Stellung bietet. Und das ist gar nicht das, was der neue Präsident ab dem 20. Januar eigentlich möchte. Ganz genau. Also da gab es doch jetzt einige News um Alphabet. Von daher die Aktie doch eher negativ beeinflusst haben hier am Donnerstag und dann auch am Freitag. Man testet jetzt charttechnisch hier ein Schlüsselniveau. Das ist ja 200-Tage-Durchschnitt. Hier haben wir schon das ein oder andere Mal hier getestet, auch im Verlauf des Jahres. Zuletzt hier am 9. Oktober und dann auch nochmal am 24. Oktober. Von daher, das ist sicherlich hier auch die Marke, die es zu halten gilt. Und dann muss man schauen, ob hier wirklich eine Zerschlagung ansteht. Ja, sowohl die Suchmaschine, der Browser ist ein Thema, aber auch andere Dinge könnten hier auf den Tisch kommen. Von daher darf man sehr gespannt sein, wie sich das weiterentwickelt in den kommenden Tagen und Wochen. Und insgesamt erfreut es natürlich nicht die Anleger, die hier vielleicht in der Alphabet, in der Google-Aktie positioniert sind. Das stimmt. Aber auch da könnte es ja wieder eine positive Wendung geben, denn das Gerichtsurteil wird erst für den Sommer nächsten Jahres erwartet. Und wie wir alle wissen, ab 20. Januar ist Donald Trump im Amt. Und er hat schon in seinem Wahlkampf etwas zum Thema Google gesagt. Und zwar, das muss ich zitieren, er ist skeptisch über eine Zerschlagung von Google, das würde nur China helfen, hat er als Argument gebracht. Ja, er setzt wahrscheinlich weiterhin ganz klar auf die Stärke der USA und versucht dann natürlich auch insbesondere, dass die großen Konzerne davon weiter profitieren können. Und ich kann mir auch fast nicht vorstellen, dass unter ihm wirklich da auch der Konzern zerschlagen wird. Von daher wird es sehr, sehr spannend sein, wie es dann auch weitergeht unter seiner rigide und wie dann das Gerichtsurteil erst im Sommer des nächsten Jahres ausfallen wird. Wir bleiben mal bei dem Thema China kurz, denn die China-Aktien und auch der Hang-Seng-Index ist ja seit zwei Wochen sehr, sehr schwach. Der schwächste Index übrigens international. Und die China-Aktien leiden da auch mit. Eine PDD-Holdings hat es erwischt mit 12,2 Prozent. Da kommt übrigens noch die News hinzu, dass Shebi morgen Zweifel an der Transparenz hat, die das Unternehmen bei den Geschäftszahlen vorstellt. Ja, ganz genau. Die PDD ist deutlich unter Druck geraten in der letzten Woche und testet damit jetzt auch einen spannenden Bereich. Das ist zum einen natürlich die runde Marke von 100 Dollar, die wir schon mal im Verlauf des Jahres im September unterschritten hatten, aber dann auch zügig zurückerobert haben. Von daher insgesamt ist es hier eine große seitwärts Konsolidierungs-Range, die wir jetzt wieder komplett durchlaufen haben. Wir testen wieder diese untere Range-Begrenzung, die nicht komplett definiert ist, muss man sagen. Nicht so gut definiert ist wie die Oberseite, weil wir hier auch schon mal drunter zurückgefallen sind. Von daher aber trotzdem die 100-Dollar-Marke für mich hier sehr, sehr markant und könnte auch sehr relevant sein im Verlauf des Wochenhandels. Von daher schauen wir gespannt darauf, ob diese Marke gehalten werden kann und dann vielleicht hier nochmal Käufe zumindest bis zur Mitte der Range folgen könnten. Ansonsten sieht es auch schnell wieder sehr, sehr düster aus in dieser Aktie. Ja, bei den letzten Quartalszahlen wurde nämlich verkündet, dass der Gewinn ein bisschen nachgelassen hat, weil Investitionen vorgenommen wurden. Aber welche? Das wurde nicht gesagt. Und das findet eben JP Morgan sehr zweifelhaft und empfiehlt dann lieber auf, die Konkurrenz zu schauen. Alibaba, die haben wir in der letzten Woche mal analysiert gehabt und da auch einen potenziellen kurzfristigen Unterstützungssektor herausgefunden. Und wenn ich Freitag richtig geschaut habe, ist er da leider durchgefallen. Das ist ja durchgefallen durch diesen Unterstützungsbereich, der dann bis ca. 87 Dollar ging und da hat man nochmal deutliche Schwäche gezeigt hier am Donnerstag und dann auch nochmal am Freitag. Ja, die nächste Unterstützung naht aber schon, könnte man sagen, und zwar ist das der 200-Tage-Durchschnitt, der hier schon knapp erreicht worden ist am Freitag. Von daher das ist sicherlich die nächste wichtige Marke, die es hier vielleicht zu halten gilt und dann zumindest mal für eine Gegenbewegung vielleicht bis zum 100-Tage-Durchschnitt führen könnte. Aber man muss schon sagen, nach dieser volatilen Aufwärtsbewegung, nach dieser Dynamik, die wir im September und Anfang Oktober gesehen haben, wurde diese wieder komplett korrigiert. Auch diese Ausbruchsniveaus konnten nicht gehalten werden. Von daher wäre ich weiterhin eher vorsichtig gestimmt. Aber ja, trotzdem ist man auf einem interessanten Niveau, vielleicht zumindest für einen kurzfristigen spekulativen Trade im Verlauf dieser Woche. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass alle Handelsaktien irgendwie schlecht gelaufen sind. Da im ganzen Gegenteil, der amerikanische Handelsriese Walmart, der war auch in unserer Liste und zwar als der zweitstärkste Wert im Dow Jones. Der steht sogar von der Aktie her auf Allzeithoch und hat die Umsätze und die Gewinne steigern können und sogar noch einmal die Gewinnprognose fürs Gesamtjahr angehoben. Ja, schon Wahnsinn, muss man sagen. Also man hat ja konsolidiert hier zu Beginn des Monats über den alten Allzeithochs, die 82, 81,5, 82 Dollar Marken halten können. Und dann sieht man hier nochmal eine deutliche Aufwärtsbewegung. Die Dynamik hat sich hier nochmal erhöht auf der Oberseite. Jetzt ist man schon, die 90 Dollar Marke hat man erreicht, hat die auch auf Tagesschlusskursbasis gehalten am Freitag. Also eine sehr, sehr starke Bewegung, extrem starker Aufwärtstrend, der uns schon lange, lange Zeit hier beschäftigt in der Walmart und ja, da ist aktuell kein Ende in Sicht, muss man sagen. Wer investiert ist, zieht den Stopp hier weiterhin nach unter die lokalen Tiefs und nimmt auf dem Weg, auf der Strecke dann vielleicht die Teilgewinne mit. Auf diesem hohen Niveau möchte man sicherlich nicht einsteigen, aber vielleicht ergibt sich ja dann nochmal die Gelegenheit in Form einer Konsolidierung in den nächsten Wochen. Ja, wer hier denkt, das sind nur diese großen Stores, vergleichbar in Deutschland mit einer Kauflandhalle oder so oder einer Metro vielleicht, wer da rein darf, der hat sich weit geirrt, denn über ein Fünftel der Umsätze finden mittlerweile online statt und der Bereich ist sogar um 22 Prozent gewachsen, der normale Bereich insgesamt um 5 Prozent. Also das sind auch Wachstumsraten, die gab es in den ganzen letzten sechs Quartalen nicht mehr und die gehen zu Lasten von anderen Anbietern, wie beispielsweise Dollar Tree, wo nämlich nach den starken Quartalzahlen eher der Rückwärtsgang nochmal, muss man sagen, eingeschaltet wurde der Aktie. Ja, schauen wir gerne die Dollar Tree hier noch zum Vergleich an und ja, komplett gegenläufiges Bild, während die Walmart in einem steilen Aufwärtstrend ist die Dollar Tree hier in einem Abwärtstrend, auch schon seit einigen Monaten, insbesondere seit hier auch die 100-Dollar-Marke durchbrochen worden ist, die wurde nochmal von unten getestet und dann gab es diesen starken Abwärtsimpuls hier im September und ja, die Aktie konsolidiert auf sehr niedrigem Niveau, muss man sagen, hat den 50-Tage-Durchschnitt in der letzten Woche von unten getestet, da kam wieder Druck rein, also ich wäre hier weiterhin sehr, sehr vorsichtig in der Aktie, natürlich ist die auch mal gut, um eine größere Gegenbewegung einzuleiten, vielleicht sogar bis in den Bereich des 100-Tage-Durchschnitts, aber wir sind hier im Abwärtstrend, als Trendfolger lässt man eher die Finger davon, wer spekulativ auch gegen Bewegungen handelt, kann das sicherlich tun, sollte den Stop dann aber auch sehr, sehr eng platzieren, also nicht tiefer vielleicht als 61,5 Dollar, aber ich wäre hier weiterhin eher abwartend gestimmt bei der Schwäche, die wir hier zuletzt gesehen haben. Ja, das ist natürlich die Erklärung dafür, dass Dollar Tree im Niedrigpreissegment arbeitet und da viele Menschen eben immer noch mit dem Thema Inflation und nicht steigenden Einkommen zu tun haben, während eben Walmart schon etwas hochpreisiger ist. Wenn wir in die nächste Woche reinschauen, da meldet ja beispielsweise noch Best Buy und Macy's. Macy's ist ja das Luxus-Kaufhaus in New York, da würde mich mal deine Einschätzung dazu interessieren. Vielleicht sind das ja die Kundensegmente, die gerade Richtung Weihnachten extrem gut laufen. Ja, es ist durchaus möglich. Macy's hat sehr häufig ein sehr, sehr gutes Schlussquartal. Chart-technisch muss man hier sagen, ist man hier auch in einer Konsolidierung letztendlich in einer relativ engen Range sogar gefangen, zwischen 14,5 Dollar auf der Unterseite und auf der Oberseite hat man jetzt mehrmals im Bereich von ca. 16,5, 16,6 Dollar getestet und vielleicht gibt es ja hier noch einen starken Impuls auch zum Jahresende hin. Man muss sagen, die Gefahr besteht hier einfach, dass sich dieser Abwärtstrend, den wir jetzt hier sehen, doch fortsetzen könnte. Wir sehen den 50 unter dem 100, unter dem 200-Tage-Durchschnitt, 100 und 200-Tage-Durchschnitt sind abwärts gerichtet. Also auch bei einer Gegenbewegung bis in den Bereich von ca. 17,5 Dollar wäre ich hier noch vorsichtig. Erst darüber würde sich das Bild hier deutlicher aufhellen, über 18 Dollar, um hier mal die runde Marke zu nennen. Bis dahin würde ich hier eher eine neutrale Empfehlung in der Macy's Aktie auch abgeben wollen und würde abwarten dann vielleicht auch, wie sich die Quartalszahlen entwickeln und dann, ja, wie sich auch das letzte Quartal des Jahres hier darstellen wird. Ja, die kommen Dienstag über die Ticker auch in Abercrombie und Fitch, aber wir schauen noch mal auf Mittwoch. Du hast es schon benannt, die CrowdStrike. Die hat uns ja ein bisschen Sorgen gemacht im Sommer, wenn wir die Erwartungen an die Quartalszahlen uns anschauen, werden Umsatzsteigerungen von 25 Prozent im Vergleich zum selben Quartal des Vorjahres erwartet und sogar eine Gewinnsteigerung je Aktie von über 600 Prozent. Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Die Aktie hat sich, ja, sehr gut entwickelt seit den negativen Entwicklungen, die wir ja im Juli gesehen haben und die uns bis in den August hinein beschäftigt haben, hat die Aktie dann einen Boden gefunden im Bereich von 200 Dollar. Seitdem sehen wir, ja, die Aktie hat sich noch nicht ganz verdoppelt, aber letztendlich diese komplette Abwärtsbewegung hier wieder negiert. Die Gaps sind hier fast alle geschlossen worden. Hier ist noch minimal das Gap offen zum Close vom 16.7. Nee, das ist mittlerweile auch geschlossen worden. Von daher, ja, die Gaps sind geschlossen. Der Weg ist fast frei zu den Allzeithochs und dann auch zur runden Marke von 400 Dollar und damit hätte man sich wirklich von den Jahrestiefs dann verdoppelt in kürzester Zeit. Also eine sehr, sehr starke Bewegung und ich sehe die CrowdStrike langfristig auch weiterhin positiv letztendlich. Die Nachfrage ist weiterhin sehr, sehr groß und dann schauen wir, wie die Quartalszahlen dann auch ausfallen, ob sich das weiter bestätigt, insbesondere bei den wiederkehrenden Einnahmen aus den Abo-Geschäften. Das ist mittlerweile einer der Kernumsatzquellen auch für die CrowdStrike und da schauen wir auch genau drauf und beleuchten die Aktie vielleicht auch noch im Sonderformat, weil sie auch sicherlich einer der Stützen aus dem Cybersecurity-Bereich ist, neben der Fortinet und der Palo Alto vielleicht die wichtigste aus diesem Segment. Ja, gern. Schauen wir uns an und damit sind wir im offiziellen Teil schon am zeitlichen Ende. Wir werden natürlich auch nochmal mit der Community zusammen weitere Werte besprechen, Wunschwerte sozusagen und da kommt bestimmt auch nochmal eine Dell vor. Ja, die verwendet ebenfalls die Quartalszahlen in dieser Woche von daher. Daher schauen wir uns gleich den Chart auch noch gerne an und bis dahin wünschen wir allen schon mal eine erfolgreiche Handelswoche, gute Trades und dann sehen wir uns spätestens nächsten Montag mit diesem Format wieder. Danke, bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.